Hallo, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr eure in VirtualDub bearbeiteten Videos direkt mit dem H.264 Codec komprimieren könnt. Wir benötigen dafür ein Tool aus dem Internet, Link in der Beschreibung des Videos. Dabei handelt es sich im Grunde genommen um ein Interface für X.264. Das Ganze nennt sich hier X.264 VFW. Es gibt einmal eine Version für die 32-Bit-Version von Windows und einmal eine für die 64-Bit-Version. Ich lade mir jetzt die für die 64-Bit-Version herunter, weil ich hier ein 64-Bit-Betriebssystem habe. Datei speichern. Ich führe das Ganze aus. Ausführen. Next, I agree. Install. Next, Finish. Nun starten wir VirtualDub gegebenenfalls noch einmal neu. Und wir sollten nun unter Video Compression diesen zusätzlichen H.264 Codec zur Verfügung stehen haben. Über den Configure-Button können wir nun unsere H.264 Settings bearbeiten. Hier können wir zum Beispiel die Bitrate einstellen. Ich kann empfehlen, den VirtualDub-Hack die Checkbox angehakt zu haben, bzw. sie anzuhaken. Denn das Ganze wird so von den Entwicklern in Verbindung mit VirtualDub empfohlen. Nachdem wir unsere Einstellung zur Kompression unseres Videos festgelegt haben, klicken wir auf OK. OK. Und gehen auf File. Save as RV. So wird unser hier geschnittenes, bearbeitetes Video anschließend als RV mit dem H.264 Codec exportiert. Meiner Meinung nach übrigens ein optimales Format zum Upload auf YouTube. Ich hoffe, dieses Video hat euch weitergeholfen. Have fun. Verwärts. Verwärts. Verwärts.